Hallo zu einem neuen Video von Fortnite, einer neuen Runde, einer Chaotenaufnahme. Scheiße, wir gehen bei Solo wieder rein. Ihr seht, meine Aufgabe habe ich immer noch nicht erledigt. Wird mal Zeit, Alter, jetzt komm, reiß schon mal zusammen hier. Schluck Kaffee regelt schon. Ach ja, ach Mensch. Im Solo die Aufgabe zu machen ist nicht ganz einfach. Ha, was machen wir da jetzt? Die sind alle besser als ich. Ich will wieder einen Kill machen. Unbedingt einen Kill. Liegt das vielleicht an dem Skin, dass ich keinen Kill kriege? Was zur Hölle ist das Rote dort? Ist da was? Hehehehe. Jeder, der mich kennt, weiß, was das bedeutet. Hehehehe. Ne. Was ist das? Irgendein Eis-Teil. Der hat einen Borderlands-Skin. Pui. Pui. Er spielt schon Borderlands. Größte Mist. Genauso wie das neue Pokémon-Spiel, was es gibt, wo man auf die Straße muss. Melvin, ich spreche dich an. Das ist der größte Scheiß. So, wo springen wir hin? Wo springen wir hin? Wo springen wir hin? Da, 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 da. Sagt's mir jetzt. Zu spät. Alter, das, ich muss Discord geschlossen lassen, wenn ich aufnehme. Das zieht so viel Leistung. Äh, hier, Klus, raus. Scheiß drauf. 95 Leben noch. Das schaff mal. Heute holen wir den Epischen. Ja. Genau. Ich hab nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört? Alles gut. Und ist da ein Automat? Ist da ein Automat? Nein, heute ist da keiner. Warum auch? Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Gar nichts. Außer Verbände und Munition. Du Kackspiel. Wenn jetzt hier oben auch keine Kiste ist, no? Ich... Leck mich am Arsch. Ne, scheiß graue Pistole. Mehr nicht. Mehr nicht. Hey, da ist ne lila, ne Pistole. Nehmen wir uns halt erst mal die mit. Stopp mal. Hier gibt's auch immer ne... Ne, 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 ne. Dings. Mal leck mich fett, ey. Ernsthaft. Ein Automaten. Das brauchen wir auf jeden Fall. Automat! Arschloch. Yay! Hier gibt's ja gar nichts in der... in der Stadt. Geil! 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 Ey, wollt ihr mich hier ganz verarschen? Geil! Nur scheiß Pistels? Selbst hier lag immer ne Knarre rum. Ne ordentliche! Ah ja, komm! Besser ins Milchtier. Das Spiel mobbt mich schon wieder Ey, und mit dem Ding da hinten brauchst du bei mir gar nicht angeschissen kommen Ich hasse Jagdgewehre Ja, komm, das geht auch noch Alter Okay Ja, wie war das heut mit dem epischen Ich glaube, das kann man hier ganz und gar vergessen heute, wenn das so weitergeht Nee, komm, Minigun will ich ohnehin haben Die mag in Gruppenkeile vielleicht gut sein, aber nicht hier. Hier mal auswechseln. So. Ey. Loll, dir ging es echt noch höher? Boah, leck mich. Ich habe nur Kackwaffen. Mann. Mann. Ey. Merk nie wieder in dieses Drecksdorf hier fliegen. Ey. Ich will dieses Jagdgewehr nicht haben. Nein. Vergiss es. Ich glaube, ich habe da einen gehört. Äh, hallo? Was hast du gerade gemacht? Du dummer Vogel. Ich denke immer noch, das liegt am Skin. Ich glaube, ich muss den mal wechseln. Huh. Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts. Jetzt leben wir schon wieder nur noch 31. Was ist hier los? Ich sollte echt mehr in die Mitte gehen. Ich habe nichts mehr. Selbst hier ist nur Scheiße drin. Ja. 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 Was soll das? Nur K... Waffen, ey! Was liegt denn dort Goldnis rum? Ey, Batarang, vergiss es! Mit den Legern kann ich das Recht nie umgehen! Ich bin zu alt dafür! Ich bin zwar mit Batman in meiner Jugend aufgewachsen und den ganzen Batman-Comics, aber... Näää! So, was hast du jetzt davon, weil hier Knisch drinne ist? Ihr dürft mir gerne in die Kommentare Tipps und Vorschläge schreiben... Oh shit! Wie ich am... Wie ich richtig gut spielen kann... Oh shit! Äh... Wie ich auf jeden Fall besser werde! Und... Profi! Und irgendwas anderes! Ich vergolde jetzt nicht meine ganze Munition an dich, du Arsch! Hehehehe! Weeeeeee! Ey, den krieg ich! Lass schneller! Lass schneller! Fuck! Aaaaaaaaaahhhh! Was machst du!? Bleib stehen! Lass dich töten! Du Kattarsch! Oh my gosh! Ernsthaft! Ernsthaft! Wo rennt der? Lass dich töten von mir! Mann, du Arsch! Das wollte ich nicht! Ich wollte keine Map-Off machen! Dahinten fährt einer rum?! Scheiße! Ey, das kann ja heute nur böse enden hier! Ohne Kill! Wenn dat so weiter geht! Letzter Schuss! Toll! Ich hab zum Glück noch meinen Medikit! Aber trotzdem! Der hätte sich töten lassen sollen, oder was sagt ihr? Wenn er mein Freund sein wollte, hätte er sich töten lassen! Ey, aber ich bin Zehnter! Ich bin schon mal besser als in der letzten Runde! Oh ne, hier kann man doch wieder... Oh, hier kann man nicht sneaken! Das ist kacke! Ey, das ist richtig mies! Guck mal was passiert, wenn ich sneake! Hehehe! Hier ist ein Automat! Sei Gold! Sei Gold! Du Arsch! Du Arsch! Ist da was? Was? Was ist Buff? Ich hör ihn! Ich hör ihn! Er hat sich hier irgendwo versteckt. Da rennt einer, den holen wir uns. Scheiße. 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 Der war hier. Scheiße. 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 Es ist gut. Nachladen. Hä? Arschloch, da. Egal, ich hab einen Kill und ich bin vierter. Yippie. Geil. Das war's mit der Folge. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.